herzlich willkommen hier auf meinem kanal hierbei und willkommen zurück zu den drei leuten die auf jedem server auf der ganzen welt einen sieg geholt haben alpha tombstone tumbo der kleine hund der dem sonnen aufs dach kackt hallo leute wie geht's euch ja motiviert deswegen weil mein hund schon wieder hier wie gesagt aufs dach gekackt und nicht schon wieder zweimal machen musste und dabei dabei sieht er so aus als wenn er hinten zu wer naja gut aber das ist ein anderes thema da kommen wir jetzt mal nicht hin schön dass du so darauf achte ich gucke gerade ich suche extra einfach mal für die zuschauer auch ran und machen sind sie arbeiten dahin waren nein da ist ja kein nix so und falls ihr auch mal hier gerne ranzoomen möchte leiten kommentieren abonnieren und natürlich in die video beschreibung schauen dass man twitter kann verlinkt im shop das war der falsche knopf im shop ein creator code eingeben holy loll dann unterstütze mich ein bisschen darüber würde ich mich sehr freuen okay wir spielen heute was man den spielen leute ja such aus oder so werden die wahl drop shot ramble normales oder boomer ball könnten jetzt theoretisch ist jetzt nur meine mein vorschlag man könnte quasi zwei spiele machen rumble und drop shot und dann am nächsten tag noch boomer ball und ach nee warte mal entweder stachel sturm noch dabei oder noch was anderes ja dann würde ich sagen wir fangen heute an mit einer runde ramble und einer runde drop shot wenn das für euch okay ist ja ja aber wir gehen nach europa nicht wahr ja 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 nein nein wir brauchen ja zwei spiele und wir wollen natürlich auch gewinnen also müssen wir natürlich auch aussuchen wo wir gewinnen können richtig und wir können überall gewinnen weil wir die besten sind weil wir das auch bewiesen haben offensichtlich wir sind die besten der welt das war wie eine weltmeisterschaft die wir da geholt haben leute deren kickoff ist mal normal geil ich habe den ball nicht ich bin so an die an die an die necks gewöhnt dass ich den ball jetzt nicht treffe aber der eine hat spikes schön schön mitgetöpelt ah nein was ne schöne parade der pümpel hat die spikes hier ich habe kein lustig gerade der noch mal pümpel aus spikes ich habe noch drei jagen da ich meine das war ja nicht du sondern der gegner hatte ja noch ich kann ich kann nicht einfrieren ja ich bin auch stehen geblieben dass er mich zerstören konnte konnte auch nicht haben dass er auf einmal eingefroren wird werden die den selber eingefroren hat ich habe mich dabei gefroren ach so ja gut das wusste ich nicht ja und passt ja ich bin übertankt zum glück habe ich hier weggetreten der boxhandschuhe die warte halt nur noch dass der richtig steht und jetzt war ich ja ich habe 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 sehr gut sehr gut dann fahren wir nach vorne jawohl schöne zusammenarbeit was für eine parade ja wir sind wieder in europa ja man merkt ist ja ich habe noch gleich gemeldet da oben steht die leute wir waren jetzt auf der ganzen welt nämlich okay wir hatten jetzt die woche nicht einmal toxische spieler gegenspieler oder sonst was und wir kommen nach europa zack geht da wieder was für eine parade ja wir fallen aber ja wir haben europa zur arbeit ist deswegen spiele ich mal so gerne auf auf nicht europa server ich hatte den wir schon gefangen gewesen ich würde noch mal zerstört von dem selben ich habe pümpel ich habe pümpel ich habe pümpel ich habe pümpel aktiviert hat ich habe den benutzt aber der ja ich habe genau geblockt nein schade ok ich bin zerstört ja der fliegt weit weg nein ich mache ihn nicht schade ich habe noch eingefroren habe ich nicht ich habe mein gefroren soll ich denn wissen dass der spikes hat ich hab den vorher noch hier dings gegeben ja aber wo sollt jetzt ich habe das nicht gesehen schon kein thema ich habe den ball ja sogar noch mal eingefroren hätte die einfach nicht verloren also hat er glück im doppelten sinne ja ja den kannte glücksschweinchen rosa anmalen du sorry ich habe kein boost online der nägel nicht schon bewusst ja ich habe ihn gerade noch mal getreten oder vorsicht nein übertaktet auch leute im falschen moment noch mal einfach sogar spikes ich habe ihn hier in der mitte gehalten die klauen alle boost dass der box hat schon noch ankommt ja habe ich noch mal und er kommt aber noch mal richtig gut ausgleich und julian ist wieder ein ganz lustiger typ er ist der beste er ist einfach ein lustiger typ du was für eine parade wie ich solche leute magne da glaubt man seine beiden teammates genau nicht er macht das tor ja das ist ja das problem so einer macht er noch ein tor weiße und dann schreibt er auch noch der just guter schuss in den mit doch keinen guten schuss wünscht da bin ich raus sorry einfach ich musste durch ja alles gut können noch mal runter ja ich hab's nicht gereicht ich dachte er geht aufs tor ja aber nicht näher und hat sich völlig gedreht ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich bin zerstört ich hab's 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 auch noch ja schön hier und ich werde besser gesprungen ja da war knapp leute da war extrem knapp das war auch knapp so und jetzt geben wir eine runde dropshot ja die wartenzeit nicht so hoch ich hoffe auch 55 sekunden das ja das geht sollte gehen und heute morgen gibt's boomer ball boomer ball ich freue mich das ist doch das wo man immer leicht berührt der dann durch die gegend fliegt wie so ein iran ist ja ja das ist eine wilde sache habe ich tatsächlich auch schon mal tore geschossen mach sachen so ich weiß nicht wo ich hier bei bratwurst hier bei dropshot stehe ich war ich habe hier fünf spiele gespielt bis jetzt schön schon mal den ersten damage gemacht ständig wurde gebannt kannst du den nehmen ja aber nicht gut schön aber auch nicht da ist wieder in deren hälfte bin ab schön nein in der näke hast du den ja ich hab dir noch nochmal okay oder nicht kannst du den von der roll ein bisschen mittig spielen ja genau so schön schön mitgenommen holi und so überspielt ich hab dir doch noch zuletzt berührt was soll das denn nein ich habe mich nicht berührt den habe ich nicht schön bin nochmal ab okay angefangen angefangen ja 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 warum treffe ich die dich ja der holt ja mal schön schön auf was ich sag ja ich hab den ein noch mich mit knüppelt wongel pass und dann reingebrat wurstet gehst du thompson ja okay wongel pass und dann reingebrat wurstet finde ich gut schönes wortspiel schönes wortspiel habe ich okay ah den hat er noch habt ihr den noch ja ja was für ein glück für die ja leider jetzt einfach nicht schön hast du nochmal oh nein ich warte schön alles gut ja wir haben den damage okay das ist wichtig hab den weggebombt ah schade knapp warum habe ich jetzt hier was ist das schön ah schade ich gehe wohl hoch okay da geht rein oh schön ja wenn ich ja nie du jawoll habe ich nicht den habe ich nicht ich kacke mir ist aber nicht irgendwie schade knapp und nicht ja ich gehe hoch nein ich treffe ich nicht ich aber nice okay komm mal ja ich versuche mal wenn ich ja da werde ich zu wenig boost gehabt jawoll wieder ein Treffer das mal ein bisschen boost aufladen ja mach mal einfach du ja nehme ich auch nochmal geh hoch ja nice nochmal komm bin ab bin nochmal habe ich immer okay okay nicht hoch ja ist manchmal schwieriger ja der bounced aber schön hab ihn nochmal gebannt schade der fällt aber der fällt aber gefährlich nein der fällt 3 2 das ist durch das spiel glaube ich ich hab sogar eine augenschaft gekriegt ja es war 1 26 ist es schwer dass sie jetzt bei uns noch zwei Tore machen können weil die haben bei uns schon ein bisschen damage gemacht aber trotzdem ja aber die müssten dann jetzt ein tor machen dann wieder alles frei machen und dann noch mal ein tor ja der ist blau nein ich habe ich nicht oh ja ist nicht schlimm schön treffen die nicht scheiße gleich zu hoch schön werden du musst du ja ich gehe hin die war ich habe nicht viel boost aber ich denke mal oh shit ja ist nicht schlimm der Bernie muss erstmal wieder ein bisschen boost auflaufen dann lass mal mal bounce du kannst du ja wollen oh A war aber gut gedacht ja wo der ist rot ne ich habe ihn nicht ja aber es ist die Fläche nein nein ah ah ich bin zerstört schön ja 10 Sekunden noch das Ding ist durch so ja das ist durch der Drops ist gelutscht oh ich wollte noch ein paar Punkte holen naja scheiße Leute eins gewonnen eins verloren ähm eine wilde Sache morgen dabei sein morgen und was habe ich denn da bekommen eine Flosse Antenne Flosse eine Flosse 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 ähm morgen dabei sein beim Boomerball da äh da geht ab die Lucie da zage ich euch und wenn ihr auch die Lucie abgehen lassen wollt liken denken Abonnieren haut rein ciao 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 und hier die kennel grüße an meine kanalmitglieder an die lauten unterstützer vielen Dank Phoenix tombstone aksw vielen dank für eure Unterstützung Stützung.